In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus und was das heute mit uns zu tun hat. Los geht's. Ich habe euch ja in anderen Videos zum Nationalsozialismus schon erklärt, dass die Nazis auch sehr viel Unterstützung aus der deutschen Bevölkerung erfahren. Es ist aber nicht so, dass alle Deutschen mit den Ideen und Taten der Nationalsozialisten einverstanden waren. Als die NSDAP 1933 an die Macht kommt, fängt sie systematisch an, ihre Macht zu sichern und terrorisiert Juden, aber auch politische Gegner. Ich habe dazu ein Video gemacht, das ihr sehen könnt, wenn ihr oben auf das i klickt. Das harte Vorgehen zeigt Schnellwirkung. Wer kann, der verlässt das Land. Wer nicht weggehen kann, ist sehr vorsichtig, denn die Nazis schüchtern ein, sie prügeln, sie morden, sie nehmen fest oder stecken Menschen ins Konzentrationslager. Es ist auch schwer für die Menschen, die gegen die Nationalsozialisten sind, weil die übergroße Mehrzahl ihrer Mitbürger sich, wie gesagt, schon bald mit den neuen Machthabern arrangiert oder sogar mitmacht. Bald können Hitler eigentlich nur noch zwei Gruppen gefährlich werden. Die parteiinternen Konkurrenten und das Militär, die Reichswehr. Die parteiinterne Konkurrenz schaltet der neue Reichskanzler schnell aus. Schaut euch mal mein Video zum sogenannten Römputsch an, das ich oben verlinkt habe. Genau bei der Aktion schafft er es auch, das Militär ins Boot zu holen. Denn mit der Ausschaltung Röms und seiner Gefolgsleute macht die SA der Reichswehr keine Konkurrenz mehr. Die Reichswehr wird derweil weiter aufgerüstet. Dadurch gewinnt sie weiter an Macht und an Ansehen. Hitler macht sich mit der Aufrüstung und seiner Taktik zur Revision des Versailler Vertrags bei der Reichswehr beliebt. Als Hitler nach dem Tod Hindenburgs die gesamte Macht übernimmt, wird die Reichswehr sogar auf ihn persönlich vereidigt. Damit hat Hitler auch das Militär unter seiner Kontrolle. Im März 1935 wird die Reichswehr schließlich in Wehrmacht umbenannt und die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Hitler bereitet den Krieg vor. Mehr zu Hitlers Außenpolitik erfahrt ihr übrigens, genau wenn ihr oben auf das i klickt. Aber nicht alle wollen den Kriegskurs mitmachen. Der Generalstabschef des Heeres, Ludwig Beck, tritt im Sommer 1938 von seinem Posten zurück, weil Hitler seiner Meinung nach auf einen Krieg hinarbeitet. Stimmt ja auch. Beck ist zwar weg, aber es gibt einen kleinen Kreis von Offizieren in der obersten Führung des Heeres, die Hitler stürzen wollen. Wenn er wegen der Sudetenkrise einen Krieg auslöst. Aber die Angelegenheit wird mit dem Münchner Abkommen friedlich oder besser gesagt ohne Krieg geregelt. Das Ansehen der Regierung steigt und so finden die potentiellen Verschwörer keinen Weg gegen einen in der Bevölkerung so beliebten Regierungschef vorzugehen. Und auch der Krieg, den Hitler mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 vom Zaun bricht, läuft anfangs ja sehr gut, aus Sicht der Wehrmacht wenigstens gesehen. Ein Blitzkrieg nach dem anderen. Hitler wird unglaublich populär, also beliebt beim Volk. Als Hitler dann den Krieg gegen die Sowjetunion befiehlt, kommen einigen Offizieren wieder Zweifel. Tatsächlich wegen der Art des Krieges. Es handelt sich ja um einen Vernichtungskrieg. Dazu könnt ihr euch dieses Video hier oben anschauen. Der Oberst Henning von Treschko ist geschockt von dieser Art der Kriegsführung. Er ist schon seit langem ein Gegner der Nazis. Im Herbst 1941 nimmt er Kontakt zur Gruppe um den zurückgetretenen Beck auf und wird Teil des militärischen Widerstandes. Seit Anfang 1942 will er ein Attentat auf Hitler verüben. Zwei Versuche scheitern. Im Frühjahr 1943 lernt er dann den damaligen Oberstleutnant Klaus Schenk Graf von Stauffenberg kennen. Die beiden schmieden einen Plan. Die Nazis haben Angst vor Aufständen. Zum Beispiel von Zwangsarbeitern im Deutschen Reich. Deswegen gibt es Pläne, wie das Ersatzheer im Falle eines Falles die Regierung sichern und einen Aufstand niederschlagen kann. Das Ersatzheer ist ein Teil der Wehrmacht, der innerhalb der Reichsgrenzen stationiert ist. Treschko und Stauffenberg verändern diese Pläne so, dass das Ersatzheer die wichtigen Befehlshaber von SS, Gestapo und NSDAP verhaften würde, sobald es aktiviert ist. Der Plan heißt Operation Walküre. Die Verschwörer fürchten, dass das Volk aufgrund der Verehrung, die Hitler genießt, beim Putsch nicht mitziehen würde. Deshalb wollen sie sozusagen alles umdrehen und es so aussehen lassen, als hätten SS- und Hitlergegner innerhalb der Nazis den Führer gestürzt. Als direkte Folge des Putsches würde dann eine Militärdiktatur in Deutschland errichtet. Wie es weitergehen soll, darüber sind sich die Verschwörer nicht so wirklich einig. Denn nur weil sie Feinde Hitlers sind, heißt es nicht, dass die Verschwörer lupenreine Demokraten sind. Aus unserer heutigen Sicht haben auch Mitglieder dieses militärischen Widerstandes gegen Hitler und die NS-Herrschaft bedenkliche politische Ansichten. Es geht auch nicht allen darum, Völkermord zu verhindern. Manche erkennen einfach, dass Deutschland den Krieg verlieren wird und hoffen, dass man nach dem Sturz Hitlers noch mit einem blauen Auge davon kommt. Aber wie auch immer, um den Walküre-Befehl auslösen zu können und den Putsch zu starten, muss Hitler getötet werden. Ab dem Frühjahr 1943 versuchen also die Widerständler, Hitler umzubringen. Endlich haben sie den Mut dazu gefunden. Aber wie so oft hat Hitler wieder Glück und die Attentate scheitern. Am 20. Juli 1944 platziert Stauffenberg dann persönlich eine Bombe im sogenannten Führer-Hauptquartier, um Hitler in die Luft zu sprengen. Aber Hitler wird nur leicht verletzt. Davon allerdings wissen die Verschwörer erst einmal nichts. Stauffenberg ist sich sicher, der Führer ist tot. Aber schnell weiß man in Berlin, dass das gar nicht stimmt. Die Verschwörer sind unsicher. Viele, die wichtig für die Umsetzung des Plans nach dem Attentat sind, handeln aufgrund dieser Unsicherheit nicht. Letztlich scheitert der Umsturzversuch und die Verschwörer fliegen auf. Mehr als 200 Leute werden als Mitverschwörer vom Naziregime umgebracht. Der 20. Juli 1944 ist ein ganz bekannter Versuch, Hitlers Herrschaft zu beenden. Die Geschichte des Attentats wurde auch mehrfach verfilmt. Aber es gibt auch rein zivile Kreise, also Menschen, die nicht im Militär sind, die gegen den Führer Widerstand leisteten. Einige Verschwörerkreise werden von der Gestapo, der geheimen Staatspolizei, enttarnt. Ein ganz beeindruckendes Beispiel für Widerstand gegen ein unmenschliches Regime ist die Gruppe Weiße Rose. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal von Sophie Scheu gehört. Ich habe über sie und die Weiße Rose auch schon in meinem Video über die Jugend im Nationalsozialismus gesprochen. Das findet ihr natürlich, wenn ihr oben auf das i klickt. Den Kern der Weißen Rose bilden fünf Studierende und ein Professor aus München. Sie beschließen Mitte 1942 gegen den Nationalsozialismus vorzugehen. Sie drucken Flugblätter und verteilen sie in der Gegend zwischen München und Wien. In den Flugblättern fordern sie zum Sturz der Regierung auf. Sie werben für den passiven Widerstand. Sie zeigen den Lesern ganz klar, warum das Naziregime böse ist und warum man es bekämpfen muss. Sie lassen keine Entschuldigung gelten und appellieren an die Leser. Wir schweigen nicht. Wir sind euer böses Gewissen. Die Weiße Rose lässt euch keine Ruhe. Oder auch der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend endlich aufsteht, Recht und Sühn zugleich ihre Peiniger zerschmettert und ein neues geistiges Europa aufrichtet. Lest die Texte der Flugblätter einfach mal nach, wenn ihr wollt. Unten in der Infobox sind sie verlinkt. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat sie gesammelt. Die Gruppe Weiße Rose und ihre Unterstützer haben selbst keine Macht, keine Waffen, aber sie werfen sich den Nazis entgegen. Diesen ungleichen Kampf verkörpert ganz besonders Sophie Scholl. Sie ist 21 Jahre alt, als sie am 18. Februar 1943 dabei entdeckt wird, wie sie Flugblätter an der Uni in München verteilt. Nach einer Verhandlung vor dem Volksgerichtshof wird sie mit ihrem Bruder Hans Scholl und einem weiteren Mitglied der Weißen Rose, Christoph Probst, hingerichtet. Diese jungen Leute gelten als mutige Helden und Vorbilder. Und ja, es gibt immer wieder kleinere oder größere Gruppen, die Widerstand leisten. Einer der ersten, der versuchte, Hitler zu töten, ist Georg Elser, ein Handwerker. Er platziert am 8. November 1939 eine Bombe im Münchner Bürgerbräukeller. Durch Zufall entgeht Hitler dem Tod. Er verlässt diesen Ort nämlich 13 Minuten früher, weil das Wetter schlecht war und er dann mit dem Zug nach Hause gereist ist anstatt mit dem Flieger. Aber es gab auch Menschen, die sich ganz anders widersetzen. Bekannt ist die Geschichte von Oskar Schindler, der über 1000 jüdische Zwangsarbeiter vor dem Tod rettete. Vielleicht habt ihr seinen Namen schon mal gehört. Der Film Schindlers Liste aus dem Jahr 1993 erzählt die Geschichte von Schindler und die der Menschen, die er rettete. Auch Wehrmachtsoffiziere retteten im stillen Menschen. Einige tausend deutsche Bürger, so schätzt die Forschung, haben Hitler und seinen Schergen aktiv Widerstand geleistet. Man muss aber sagen, das waren im Vergleich mit denen, die echte Täter oder auch nur Mitläufer waren, sehr wenige. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt oder zu anderen Themen rund um den Nationalsozialismus, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare posten. Und mich würde an dieser Stelle mal interessieren, was meint ihr, wie schätzt ihr euch selbst ein? Hättet ihr euch damals getraut, Widerstand zu leisten? Oder sagt ihr, nee, das wäre mir viel zu gefährlich gewesen. Es ist eine spannende Diskussion und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten hätte, denn es sagt sich ganz einfach. Ja, ich hätte was dagegen unternommen, aber man hat ja sein Leben riskiert. Schwierige Sache, was meint ihr? Schreibt es gerne unten hin. Wie gesagt, Fragen gerne auch und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert uns einfach. Danke dafür und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt,